Sie sind hier, 10. Januar 2019, 21.26 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Paul Zipser wartet seit seinem Engagement bei den Bulls auf einen Job in der NBA-Urheberrecht, gett die Images für Paul Zipser Platz, der Traum von einem weiteren Engagement in der NBA. Ein Wechsel zu den Brooklyn Nets kommt im allerletzten Moment doch nicht zustande. Bittere Nachricht für Paul Zipser, der geplante Wechsel des 24-Jährigen zu den Brooklyn Nets ist in allerletzter Sekunde geplatzt, das berichtet Sportando. Laut mehrerer Medienberichte sollte der Heidelberger beim Team von Trainer Kenny Atkinson einen Vertrag unterschreiben, dies ist nun aber nicht der Fall. Grund für die neuerliche Entwicklung, Santa Ellen Williams, dessen Platz Zipser hätte einnehmen sollen, kann doch nicht nach China wechseln. Der 25-Jährige Williams plante ursprünglich einen Wechsel in die chinesische Liga. Eine Einigung zwischen ihm und der China Basketball Association, konnte aber nicht erzielt werden, twitter.com-woyespian-status-1083408-99406-308-1472 2 Kein Kaderplatz für Zipser Williams geht darum, zurück zu seinem ursprünglichen Team, den Brooklyn Nets. Aufgrund dessen ist für Paul Zipser bei der Franchise kein Kaderplatz mehr übrig. Anzeige, der ZN gratis testen und die NBA Live. Zipser spielte in der NBA zuletzt bei den Chicago Bulls, wo sein Vertrag im vergangenen Jahr nach zwei Spielzeiten nicht mehr verlängert wurde, bei den Nets wäre es für Zipser zu einer Wiedervereinigung gekommen. Der frühere Bundestrainer Chris Fleming arbeitet dort als Assistenztrainer, Anzeige, jetzt die neuesten NBA-Fan-Artikel kaufen, hier geht es zum Shop Zipser hatte 2014 mit Bayern München die deutsche Meisterschaft gewonnen und war zwei Jahre später von den Bulls an Position 48 getraftet worden. Für den sechsmaligen Champion absolvierte der Small Forward 98 Spiele, 30 als Starter. Im Schnitt kam Zipser auf 17 Minuten Einsatzzeit und 4,7 Punkte. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Mehr